Wikisana ist auch ein guter Kanal, unsere Gespräche noch zu verfolgen. Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Experten-Talk im Format Colloquium Spirit. Wir sind der festen Ansicht, dass Spiritualität und Ganzheitsmedizin unbedingt und untrennbar zusammengehören. Denn die Spiritualität liefert oftmals die Lösung für eine langfristige Genesung, was die Medizin erstmal vielleicht nur nicht kann, weil sie am Symptom nur arbeitet und nicht an der Ursache. Und zu diesem Zweck haben wir uns Experten eingeladen aus verschiedenen religiösen, kulturellen und spirituellen Hintergründen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf mein nächstes Gespräch, denn wir wollen wieder Ihr Herz öffnen, wir wollen Ihre Horizonte öffnen und wir möchten Sie wieder selbst ermächtigen mit dem, was wir Ihnen anbieten. Ich freue mich jetzt auf Dr. Med. Petra Wichel, biologische Ärztin in der Swiss Mountain Klinik, dann Johann Nepomuk, Gott, der Name, Johann Nepomuk Mayer, Autor, Moderator und Filmemacher. Der Name ist wunderbar, aber... Dann neben mir Stefan Mayer, Bewusstseinslehrer und Helmut Agostoni, last but not least, Buchautor und Forscher nach biblischer Offenbarungen. Bleiben Sie also dran, Sie sehen schon, es droht spannend zu werden. Wir steigen gleich ein ins Gespräch. Herzlich willkommen, ihr Lieben, nochmal ganz persönlich. Schön, dass ihr da seid und dass ihr eure Zeit spendet und eure wertvollen Inputs hier mit uns teilt. Wir möchten heute über das Thema Ursachen von Krankheiten sprechen, Botschaften. Hat eine Krankheit eine Botschaft oder ist es rein zufällig? Der Frage wollen wir heute mal nachgehen und ich bin gespannt, wo wir landen. Wir fangen vielleicht mal bei dir, Petra, an. Wo wir landen, gut. Hat eine Erkrankung eine Ursache? Hat jede Erkrankung eine Ursache? Ja, jede Erkrankung hat ganz viele Ursachen. Und wenn wir uns mal so ein bisschen die Geschichte ansehen, dann waren uns viele solcher Ursachen eigentlich in der Vergangenheit sehr wichtig, sie zu kennen. Also der Arzt hatte früher, wenn ich nur mal so Beispiel Amerika sehe, das war also die Hochburg auch vieler Naturheilmediziner, Hämöopathen, Heiler, bis 1910 dann so die ersten durch Rockefeller Stiftung ins Leben gerufen wurden. Und dann hörte dieser ganze Weg auf. Und dann hat man diesen Algorithmus eigentlich zum Maß aller Dinge gemacht, dass Krankheit das benötigt. Aber es hat sich natürlich auf eine pharmakologische erst mal Ebene nur beschränkt. Und ich glaube, dass wir heute natürlich viele, viele Jahre danach, 100 Jahre danach uns ganz langsam diesen Paradigmenwechsel langsam ernst nehmen müssen, weil wir natürlich damit ungefähr 70 Prozent aller Erkrankungen heute für chronisch beziffern und uns an irgendwelche Leitlinien handeln. Und wenn wir aber wieder zurückkehren zu dem, was es wirklich ist, dann lernen wir verstehen, dass die Ursachen von Erkrankungen natürlich immer im Leben der Menschen selbst zu suchen sind. Das eine ist, dass wir sie im Verständnis dessen auch verstehen müssen. Und ich glaube, das ist heutzutage das allergrößte Problem. Wir verstehen dich nicht mehr, weil wir dir auch gar nicht mehr zuhören und weil wir uns gar nicht aus deinem Leben erzählen lassen. Also nur allein mal vier, fünf Tage einen kurzen Bericht eines Menschen zu haben, wie er lebt, gibt schon so unglaubliche Informationen. Und ich denke manchmal, dass fast 80 Prozent überhaupt die Anamnese ist. Die Zeit, die wir uns nehmen, zu verstehen, welche auch großen Belastungshürden waren. Wie bin ich groß geworden? Die Frage ist ja immer dieses Wie. Wer bin ich eigentlich? Ich arbeite sehr viel erotologisch über die Augen. Und du kannst sehr schnell auch die Konstitution eines Menschen sehen, weil es sind Welten zwischen uns, fünf Personen. Auch wenn wir alle mit Liebe und einem schönen Kindheit aufgewachsen sind, sind es dennoch konstitutionelle Dinge, die wir in uns tragen und auch Informationen, die wir über die vielen Generationen, wir haben viel von Inkarnation gesprochen. Und die gleichen Belastungen sind für nicht jeden gleich Belastungen. in der gleichen Dimension. Und ich glaube, wir müssen medizinisch wieder dahin kommen, dass wir das wertschätzen, was wir heute medizinisch leisten. Das ist gar keine Frage. Ich möchte in keiner anderen Zeit leben als in der jetzigen. Aber ich möchte, sage ich mal, wieder, dass wir zurückfinden von der Fürsorge, die wir mal ärztlich für Menschen übernommen haben und von dem Verständnis für das, was sie uns mitteilen, damit wir auch Krankheit wieder verstehen. Denn sie ist ja nie ein Zustand. Krankheit ist immer ein Prozess, den der Mensch finden möchte. Und dafür muss er natürlich selbst in diesen Prozess eingebunden werden, wenn er wieder gesund werden möchte. Und das ist eigentlich die größte Botschaft, die wir Ärzte oder Therapeuten haben. Wir müssen es verstehen, ihn zu begeistern, sich für sich selbst zu engagieren. Und das hat eine Fahrt genommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass der eigentliche Patient heute sehr passiv bleibt und dass er einfach in diesem Prozess so wenig aktiviert mitgenommen wird. Und dadurch kann sich auch dieses System halten, weil das ist schnell, das ist toll, das ist schick, das ist sexy. Es ist ja unglaublich, wie chemische Medikamente beworben werden. Und dann kommt man wieder einen Brief mit einer roten Hand, bloß nicht, bloß nicht schnell zurückfahren, hoch, hoch gefährlich. Und ich glaube, das Ausmaß haben wir erreicht von der Peinlichkeit und von der Oberflächlichkeit in den letzten zwei Jahren. Und für mich ist das eine Beobachtung, die mir sehr viel Sorge bereitet. Und ich glaube, wir werden ja jetzt im Gespräch noch viele, viele, viele andere Dinge auch erläutern, inwieweit auch Menschen selber, finde ich, gar nicht müde werden dürfen, an die Ursachen ihrer Erkrankung zu gelangen, um letztendlich in die Hand zu nehmen und auch Wege zu gehen, die sich ihnen öffnen, die ihnen aber verschlossen bleiben. Also du hast ja gerade schon erwähnt, dass eine Anamnese ja für dich die eigentlich die essentielle Basis ist von der weiteren Behandlung. Du hast von vier Tagen gesprochen. Nein, ich meine jetzt vier Tage, dass der Patient dir mal in vier Tagen nur reflektiert, wie er lebt, was packt er sich auf dem Frühstück, wie gestaltet er sich seine Mittagsmahlzeit, wie ist sein Schlafverhalten, das Immunsystem arbeitet nachts. Und das sind alles so wichtige Informationen für mich. Wie ist deine Verdauung? Hast du noch Schwermetalle im Mund? Und wie lebst du? Wo lebst du? Und das finde ich also unglaublich wichtig. Und dann kommt ja noch ein bisschen das Verständnis dafür, weil dafür bin ich ausgebildet zu verstehen, was kann ein Organismus leisten? Wo wird er langsam überfordert und wo ist er auch überfordert? Schon allein mit dem Fakt dessen, was ich in vier Tagen wahrnehme oder im Gespräch? Also du hast natürlich schon bestimmte Dinge, die du grundsätzlich abfragst und woraus du bestimmte Schlüsse ziehen kannst. Aber es erfordert, glaube ich, auch schon noch zusätzlich deine Intuition, dass du auch die richtigen Fragen ansonsten noch stellst, was sonst noch Einfluss nehmen könnte, weil der Patient weiß es ja in der Regel nicht, was sonst noch in seinem Leben eine Rolle spielt, dass er an den Punkt gekommen ist, wo er ist. Natürlich wohnt er an der Hauptverkehrsstraße, wohnt er ländlich. Ich habe neulich, Chemtrails hast du angesprochen, ich habe neulich Untersuchungen gemacht unseres Regenwassers. Ich kann euch den Befunden ja mal präsentieren. Ich bin umgefallen. Ich bin umgefallen den Anteil von Aluminium. Das heißt, das sind alles aber wichtige Dinge für mich, einen Menschen da sitzen zu haben, der vielleicht eine beginnende Demenz hat. Oder, oder, oder. Das muss ich heute einkalkulieren. Es war vor zwei Jahren ein Tumorkongress und wir saßen am Ende da, vier Referenten. Wir waren im Studio und die anderen, von dem Dietrich klingert, und die anderen wurden zugeschaltet. Und am Abend konnten die Teilnehmer Fragen stellen. Es war so nett, wie der Dietrich sagte, Petra und ich sind hier die Ältesten, das stimmt. Vor 20 Jahren waren wir schon so Vorreiter und wir haben geguckt, tief hat er toxische Belastung durchs Amorgan hier und hier. Und das, was du dann gemacht hast, das hat eine Kraft gebracht. Das hat einen Weg wesentlich heute in eine richtige Richtung gelenkt. Das ist heute so kompliziert. Das müssen morgen Ärzte werden mit diesem Blick auch für eine Umweltmedizin. Jeder muss auch therapeutisch, jeder muss Seelsorger sein, jeder muss den Menschen im Ganzen auch wahrnehmen. Daran mangelt es uns heute immens, weil wir unseren Blick sehr elektronenmikroskopisch exakt wirklich geschult haben. Und das hat auch in vielen Dingen seine Berechtigung. Aber wir tendieren sonst, wenn wir das Ganze auch von Kindheit her, auch medizinisch, ausbildungsmedizin, Kindern auch das Leben anders vermitteln würden. Warum müssen die Biologie und Chemie und Physik lernen? Warum können die nicht eine Biochemie, eine Biophysik lernen, damit sie auch verstehen, dass wir heute über Resonanz sprechen und wie wichtig auch das Miteinander umgehen ist und viele, viele, viele Dinge so. Und so, dass ich einfach nur sagen will, ich kann doch nicht aufhören bei einer Diagnosestellung, zum Beispiel Tumor, das im Moment kein Notfall ist, weil es hat zehn Jahre in mir gebraucht, mir nicht Fragen zu stellen und Antworten zu finden. Und da denke ich, mir haben wir eine große Aufgabe, den Menschen das auch zu vermitteln, wie wichtig es ist, dass sie jetzt an dem Punkt auch versuchen, sich selbst und ihr Leben anzuschauen, in einer großen Ehrlichkeit. Du hast ein paar Punkte aufgezählt, die heutzutage wichtig sind oder in Zukunft noch wichtiger werden immer, um den Menschen zu behandeln. Dazu kommt wahrscheinlich auch noch sehr viel mehr Zeit, die man eigentlich aufwenden müsste für den Menschen, um ihn adäquat abzuholen. Und letztes Jahr im Kolloquium haben wir auch darüber gesprochen, dass man immer mehr zu der Apparatemedizin übergeht und der Mediziner den Patienten eigentlich gar nicht mehr anfasst. Obwohl er durch das Anfassen sehr, sehr viel mehr Informationen bekommen würde, als rein durch ein Röntgen, wie auch immer. Das kann man ja noch ergänzen. Wobei, wenn ich mal einhaken darf, es gibt ja auch heutzutage schon aufgrund wieder dieser angehobenen Energie auf der Erde auch das neue Röntgen. Und zwar, dass man als Mensch, als Art Therapeut, auch im Anderen wahrnehmen kann, was sich dort befindet. Also dadurch, dass unsere Sinne sich immer mehr verfeinern, unser Bewusstsein immer sichtbarer wird, geht es tatsächlich auch in Ergänzung zu dem, was Petra so schön beschrieben hat, auch in anderen Möglichkeiten. Und kurz zur Einleitung vielleicht, Krankheit ist ja etwas, wo ich auf eine Art und Weise aus der Balance gefallen bin, wo irgendetwas ins Stocken gekommen ist, wo irgendeine Verbindung, die natürlicherweise da sein sollte, nicht da ist. Das heißt, wenn ich Krankheit heute verstehen will, muss ich rückwirkend schauen, muss ich zurückgucken. Nicht irgendwie nach vorn, das hilft zwar auch teilweise, aber oft liegt ja die Ursache in der Vergangenheit. Und da muss ich manchmal auch, weil wenn es schon eine Krankheit ist, ist es schon manifest geworden, muss ich auch regelmäßig in der Vergangenheit etwas nochmal finden, etwas lösen, etwas verstehen, damit sich dieses Symptom heute auflösen kann. Und aus meiner Perspektive ist es wichtig dabei zu realisieren, das erste hermetische Gesetz, wie wir es auch in früheren Gesprächen schon hatten, alles ist Geist. Also geistig. Für die, die das vielleicht noch nicht so kennen, das bedeutet, die Materie ist nicht das, was zuerst da war, sondern sie ist eine Ausprägung, ein Resultat von Energien, von Geist. Man könnte sagen, von Seele. Und wenn jetzt hier ein Problem ist heute in der Materie, dann schaue ich, was ist energetisch aus der Balance geraten. Und das mache ich, indem ich zurückschaue. Und ich sehe das dann so als Sinnbild, dass wenn man mal eine Pyramide nimmt und sie mal rumdreht, dass die Spitze mal unten ist und das etwas breitere oben. Und jetzt sagen wir mal, oben das Plateau ist die Krankheit. Und jetzt fange ich an und schaue zurück und sehe erst mal mehrere Ursachen. Petra hat es auch gesagt, eine Krankheit hat meistens mehrere Ursachen. Dann erkenne ich unterschiedliche Ursachen. Wenn ich dann aber in der Lage bin, die Ursache dieser Ursache zu erkennen, sehe ich, ah, okay, sind gar nicht mehr so viel, sind immer noch ein paar, aber werden weniger. Und wenn ich die Ursache der Ursache der Ursache erkenne, wenn ich dazu in der Lage bin, dann sehe ich am Ende, dass es eine Ursache hat. Und das ist oft eine Trennung von mir selbst. Das ist oft eine Entscheidung, die dafür gesorgt hat, dass weitere Konsequenzen daraus entstehen. Also, dass diese Pyramide daraus entsteht. Also schaffe ich es heute entweder, mich zurückzuarbeiten zur ersten Ebene der Ursache, zur zweiten Ebene, zur dritten, zur vierten. Oder ich finde eine Möglichkeit, das ist das, wie es mir mal gezeigt wurde, über das Bewusstsein. Und zwar zu schauen. Und bei mir ist es dann so, ohne die Geschichte zu kennen, ohne zu wissen, wo dieser Mensch herkommt, kommt er und sagt, ich habe dieses Thema. Was ist die Ursache? Und wenn ich hinschaue, dann kann ich diese Ursache sehen und zwar so tief, wie der Mensch in der Lage ist, sie selber zu lösen. Manchmal liegt diese Ursache dann in der Kindheit, dass man dort erkannt hat oder dort sieht, ja, du hast dich umentschieden. Du musstest dich dem Vater anpassen. Du musstest dich der Familie anpassen. Du bist deinen Weg nicht gegangen. Manchmal sieht man das gleiche Thema, aber auch im früheren Leben. Und manchmal ist es auch möglich, das als Prinzip zu sehen. Es gibt ein Prinzip, das in dir wirkt, wo du dich von dir selber abtrennst. Und zwar dort und dort und dort und dort und dort. Und das Resultat daraus ist dieses körperliche Thema. Das heißt, wenn man zurückschaut, ist die Frage, wie tief komme ich an die Ursache? Und jeder sollte gucken, wo gehe ich in Resonanz? Wo habe ich das Gefühl, dieser Mensch unterstützt mich dabei? Ist es eher was Manuelles? Ist es was Geistiges? Ist es was Natürliches mit der Natur in Verbindung? Also diesen Weg zurückzuschauen, den erachte ich als ganz wichtig, um dort rückwirkend das aufzuräumen, was in mir noch wirkt und aus der Vergangenheit ist, quasi dort entstanden ist. Ja. Jetzt ist es oft so, dass sich dann Menschen, die an einer schweren Erkrankung leiden, oft schuldig fühlen, etwas getan zu haben, dass eben diese Krankheit entstanden ist. Und das ist ja eigentlich auch der falsche Ansatz. Also sie haben ihre Krankheit ja schon verursacht durch ihr So-Sein, aber nicht im Sinne von, sie sind jetzt schuld. Das ist ein ganz falscher Ansatz. Ja. Ganz falscher Ansatz. Aber den haben doch einige. Ja, aber das ist ja dieses, dieses ja, dieses nicht mehr Verständnis für einen Organismus. Also wir haben sehr viel über Bewusstsein gesprochen und hier geht es doch nur um Information zu transferieren. Und unserem Körper ist doch, ist doch alles nur Information und Energie. Also jedes Zellmembranpotenzial muss aufrechterhalten werden. Sonst würden die roten Blutkörperchen sich verklumpen. Das ist Zellenergie, minus 80 Millivolt am Pär. Das ist Redoktspotenziale der Zelle. Das ist der ganze Elektromagnetismus. Das nutzen wir ja auch beim EKG-Schreiben, beim MRT. Alles ist Energie, die wir abrufen und die wir tagtäglich, 24 Stunden muss der Körper sie bereitstellen. Und wenn ich heute mich irgendwo da in eine Schuldzuweisung hinein manövriere, dann sehe ich mich ja schon als Opfer. Aber ich kann ja, wenn ich das jetzt so als Beispiel nehmen darf, ich kann ja als Maler mit den schönsten Farben, kann ich ja ein traumhaftes Bild malen. Ich kann aber auch ein traumhaftes Bild malen als guter Maler mit schlechten Farben, weil ich bin, das kann ich. Und ich bin auch mit den schönsten Farben als Maler, den ich malen kann, völlig alleingelassen. Aber das ist doch nie bei einem Organismus so oder einem Leben. Ein Leben folgt doch einer Gesetzmäßigkeit. Und das ist das, was wir heute völlig in der Medizin vernachlässigen. Wir sind als Menschen ein Teil der Natur. Und diese Natur folgt einer göttlichen, kosmischen Gesetzgebung. Und da ist jedes einzelne Protein, was sich faltet, wo Milliarden tagtäglich reproduziert werden müssen, über 700 Milliarden Zellen, das ist ein in sich filigran eingeschwiegene Gemeinschaft. Und so ein Immunsystem, auch über die Jahrtausende, ist geschliffen, um heute eine Abwehr uns bereitzustellen, der so schnell niemanden nur annähernd entgegenwirken kann. Und das aber in dieser heutigen Zeit durch physische, aber auch viele psychische und umwelttoxische Dinge auch Körper sich mal auch durch eine Symptomatik melden dürfen oder Krankheit erst dann manifest wird, wenn, das ist ja auch ein biologischer, der Reckeweg sprach, von sechs Phasen musst du schon durchgehen, bist du die und die und die und die Phase einer Krankheit, die irgendwo am Ende vielleicht neurodegenerativ, was wir auch heute wissen, das ist alles nicht irgendwo endgültig. Das Leben tendiert immer zurück zu Stabilität, zu Balance, zu Stärke und zu Gesundheit. Aber es empfasst aber wirklich alle Ebenen. Und das kann ich nicht da oben auf einer symptomatischen regeln. Das heißt, jetzt muss ich wissen, wo muss mein Körper oder wo darf ich meinen Körper und brauche auch die Erkenntnis dessen, was mit mir geschehen ist, unbewusst. Und dennoch haben ja viele, nur ein Satz, ich möchte dich dann gerne zu Wort kommen lassen, dennoch haben viele Menschen ja das Thema Schuld. Sie tragen es in sich und wenn sie dann sagen, okay, es gibt eine Geschichte für diese Krankheit und man hat zusätzlich dazu, zu diesem Wissen, das Thema Schuld in sich, also als Potenzial, dann kommt dieses Thema Schuld und setzt sich jetzt auf diese Geschichte. Ach ja, es ist also meine Schuld. Anstatt zu verstehen, es ist auf eine Art und Weise meine Verantwortung. Ich hätte vielleicht früher hinhören können, manchmal kann man das aber auch gar nicht. Also man muss schon auch anerkennen, ich war früher nicht so bewusst, deswegen konnte sich das überhaupt so entwickeln und ich nehme meine Verantwortung dafür an, dass ich unbewusst gelebt habe, weil es einfach so war, ich konnte gar nicht anders und nicht das Schuldthema anspringen lasse. Und wenn jemand merkt, ich fühle mich schuldig für meine Krankheit, weil vielleicht muss mich jetzt noch jemand pflegen, vielleicht muss jemand für mich bezahlen, dann muss man sich um diese Schuld kümmern, weil es ist grundsätzlich das Thema Schuld und egal welche Situation entsteht in meinem Leben, es setzt sich drauf und benutzt es, damit es sich ausleben kann. Weil das, ich kenne viele Menschen, die sich dann schuldig fühlen und da darf man dran arbeiten, weil das Thema Schuld ist meines Erachtens, ich sage es mal ganz salopp, eine Erfindung von, ja, vielleicht sogar einer Glaubensgemeinschaft, je nachdem, wie man es sehen möchte. Es gibt die Verantwortung, aber eine wirkliche Schuld sehe ich so nicht. Entschuldigung, aber wenn dann nicht ein terminologisches Problem. Ein bitte was? Ein terminologisches Problem. Was versteht man unter Schuld? Ich meine, wir haben gesprochen von den kosmischen Gesetzen Ursache und Wirkung. Und wenn ich eine Ursache setze, man gibt ja den Spruch, du kannst mit 20 leben, wie du willst, bezahlen kannst du mit 60. Dann kann ich natürlich, wenn ich mit 60 dann bezahle, kann ich sagen, ich war ein Trottel, dass ich das so gemacht habe. Ist das eine Schuldanerkennung oder ist das eine Erkenntnis? Das ist für mich eine offene Frage. Für mich heisst, Schuld heisst, das hat zu tun mit dem, was wir in den biblischen und nachbiblischen Offenbarungen als Sünde bezeichnen. Und das ist ein bewusstes Übertreten eines Gebotes Gottes. Und wenn ich jetzt einfach mit 20 lebe und rauche und Bier trinke und weiss ich nicht was, dann ist das nicht unbedingt ein bewusstes Übertreten eines Gebotes Gottes, sondern hat mir das ermöglicht. Aber wenn ich nachher mit 60 bezahle, was ich dort angerichtet habe, und das ist das, was du ja auch sagst, wenn du eine Anamnese machst, dann klärst du, wie lebt dieser Mensch. Und das geht eigentlich auch auf die Ursachenforschung hinaus. Und ich würde meinen, wenn man den Eindruck hat, man hat gesündigt, und wenn man das identisch sieht mit Schuld, dann geht es darum, dass man das aufarbeitet. Eine Ursache aufarbeiten kann man nicht mehr, wenn man mit 20 gelebt hat. Man kann nachher andere Ursachen setzen, dass sie die verbessern. Und aus unserer Sicht, also mit den lieblings-nachtbibelischen Offenbarungen, da hat die Krankheit ja mit der Seele zu tun. Und wir sagen immer, wir haben einen Körper, Seele und Geist, aber wir haben einen Geist im Mantel mit einer Seele, und der hat einen Körper. Der Körper lasst ihn wieder weg, und die Seele geht weiter. Also wenn wir eine Krankheit haben, ist das ein Zeichen dafür, dass mit der Seele etwas nicht stimmt. Also sollten wir bei der Seele ansetzen. Und jetzt die Sachen, die wir machen, wir bekämpfen Symptome. Und eine junge Frau, die auch so medial veranlagert, hat man wunderbar gesagt, wenn du Schmerzen hast, dann ist das eine rote Laterne, dass etwas nicht stimmt. Wenn du einfach eine Tablette einwirfst, dann nimmst du die Lampe weg, aber das Problem wird nicht gelöst. Das finde ich eigentlich sehr gut. Man kommt nicht auf, man müsste auf die Seelenebene nachher gehen und schauen, wie komme ich damit zurecht, und das hat wieder mit der Liebe zu tun. Also, ich weiß nicht, ob du das teilen kannst. Ach so. Ja, aber 100 Prozent, natürlich, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, gut, ich als Filmemacher, Dokumentation, habe ja das Thema der erweiterten Realität, der Phänomene, und da treffe ich natürlich viele Menschen und habe viele Sendungen gemacht zum Thema Nahrtoderfahrungen. Menschen, die krank werden, Herzinfarkt haben, wie auch immer, und da gibt es viele Beispiele, die dann aufgrund von dieser Nahrtoderfahrung ihren Lebensblick kriegen und sagen, okay, wie habe ich denn gelebt, was ist denn, und erkennen dadurch, dass sie auf dem falschen Weg waren, dass sie ihre Abmerksamkeit auf Dinge gelenkt haben in unserer matalistischen Welt, die in Möglichkeit eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, sondern das Menschsein, in Liebe den Weg zu gehen, vernachrichtigt haben oder ihre Talente nicht zum Ausdruck gebracht haben und dann wieder die Chance bekommen, zurückzugehen und sagen, okay, und dadurch auch ihr Leben tatsächlich ändern. Meistens bringen sie da sogar noch ein zusätzliches Talent mit, entweder werden sie medial veranlagt oder wie auch immer, oder ein Maurer, der wird, sage ich mal, zum Superkomponisten alle diese Dinge erlebt. Ich habe einen Landwirt aus dem Bodensee, der wurde vom Traktor überrollt und habe dann auch die verschiedenen Welten gesehen und der ist dann zum Maler geworden. Da habe ich gesagt, ich als Landwirt habe mir da Farben gekauft, ich habe gar nicht gewusst, was ich mit dieser Leinwurt anfangen muss, aber ich wusste, ich muss diese Wirkung, was ich hier habe, ich muss das malen und das ist natürlich auch ein Aspekt einer Krankheit, die ja immer mehr dazu kommt, Menschen plötzlich über dieses Thema nochmal zurückzuzeigen, so wie jetzt hast du nochmal eine Chance, hier das tatsächlich in diese Weise zu ändern, was du eigentlich ursprünglich wolltest. Und das sind berührende Geschichten. Ich darf da vielleicht noch ein Beispiel erwähnen. Ich habe gesagt, es geht von der seelischen Ebene aus. Ich hatte eine Freundin, die hat spirituell heilen können und da habe ich sie mal bekannt gemacht mit einer alten Freundin, die war sehr betagt und die hat einen Handschuss getragen. Und dann hat die Dame, also ich sage jetzt Heilerin, wobei, okay, die hat gesagt, hast du Schmerzen, gell? Ja, ja, aber weißt du, ich habe das mal einem Heiler gesagt und der, ja, weißt du, es ist alles Guckus. Und dann hat die Frau nichts gesagt, also die Heilerin, ich sage jetzt Heilerin, sie hätte es nicht gern, wenn man sie so bezeichnet hat, hat einfach die Hand so gehalten und eine Weile lang war sie ruhig. Und dann nach einer Weile, vielleicht zehn Minuten oder so, hat sie gesagt, und wie ist es mit den Schmerzen? Ah, weg. Und dann hat sie ihren Handschutz abgelegt und hat ihn, sie war im Pflegeheim, die Dame, und der hat ihn dort liegen lassen und die Pflege hat gesehen, dass sie den Handschutz weggelegt hat. Und dann hat sie sie gefragt, ob sie den Handschutz mal ihren Nachbarin geben würde, weil sie würde das gerne ausprobieren und es geht, hat sie gesagt, kein Problem, ich brauche ihn nicht mehr. Und dann, wenige Wochen später, waren wir auf einer Tagung, da kam ein Telefonanruf, es geht dieser betagten Dame schlecht. Und dann ist eine Betreuerin mit dieser Heilerin zu ihr gegangen und sie war nervös und so weiter und so fort. Und dann hat diese Heilerin die Möglichkeit, Leute ruhig zu stellen. Ich habe sie in einem anderen Zeit, also war sie in der Zahnarztpraxis, hat sie Leute ruhig gestellt. Und hat sie sie beruhigt und dann hat sie schon, ja, okay, mir geht es sehr gut, sie hat Probleme gar mit der Lunge, mit dem, ja, es geht mir gut, hat sie gesagt, piano, piano, piano. Und dann ist sie ein paar Tage später in aller Ruhe eingeschlafen. Und das war natürlich ein Geschenk und das ging auf der spirituellen Ebene, ging diese Beruhigung. Jetzt, ich kann das nicht richtig einordnen, weil es ist nicht, dass die ältere Dame bewusst daran gearbeitet hat, sie hat ihr geholfen, einfach die Seele zu beruhigen, wahrscheinlich. Also da gibt es Phänomene, man kann nur staunen, aber sie gibt es. Da habe ich auch ein gutes, ergänzendes Beispiel von Krankheiten. Eine Dame, die hat auch, die Geschichte mit dem Daumen, da fällt mir jetzt gerade rein, unendliche Daumenschmerzen. Und war schon bei unzähligen Ärzten und gesagt, wir finden nichts, da ist nichts, was weh tun kann. Und kam auch zu einem, ja, jemand, der sagt, ihr macht die Geistheilung, er sagt, ich mache eine energetische Beratung bei dir. Und die Dame sagt, Mensch, Sie sind jetzt meine Anlaufstelle, Sie wurden beempfohlen und so weiter, ich habe hier Schmerzen an diesen Daumen. Und dann schaut der Mann sie an und sagt, okay, jetzt fahren Sie nach Hause und sprechen wieder mit Ihrem Nachbarn. Das heißt, Sie haben doch gesagt, Sie machen mir meine Daumen, etc. Und ich will doch gar nicht. Ich sage, nee, alles gut, fahren Sie nach Hause, es muss ja nicht langes Gespräch sein, aber sprechen Sie wieder mit Ihrem Nachbarn. Die Dame ist ganz verärgert, nach Hause gefahren, und sagt, nee, ich will mich behandeln. Und dann sagt, ich soll mit den Nachbarn sprechen. Nach ein paar Wochen ruft aber die Dame tatsächlich an und hat dann gesagt, okay, ich habe mit diesen Nachbarn wieder gesprochen und die Schmerzen, die Daumen waren weg. So einfach kann es manchmal sein. So einfach kann es manchmal sein. Also wenn man den richtigen Hinweis bekommt. Ja, genau. Das war auch die spirituelle Ebene. Ja, ganz genau. Aber irgendein Austausch hat dann nicht funktioniert, die hat sich dann körperlich ausgedrückt. Naja, man hat das ja oft genug. Man geht zum Arzt und der Arzt sagt, da ist nichts, alles in Ordnung. Ja, ich habe aber trotzdem Schmerzen. Ja. Dann liegt die Idee oder liegt der Gedanke nahe, dass es eben dann auf der psychischen, geistig-seelischen Ebene dann irgendein Schiefstand gibt. Darf ich die Gelegenheit benutzen, in dem Zusammenhang der Petra und dir, die mitmachen, zu danken? Weil wir hatten ja diese sogenannte Epidemie, was ja keine Epidemie war. Mikrobenkrise. Wahrscheinlich, ja. Also ich will jetzt den Namen nicht sagen. Also ich hatte gute Erfahrungen gemacht mit Homöopathie. Und dann wollte ich einen Arzt, der in der Zeitung bekannt geworden ist zu dieser Epidemie. Und er war im Kantonsspital, war ein Oberarzt. Und ich habe ihn dann kontaktiert und ihm geraten, er möge doch mal einen Versuch machen, mit einem Homöopathen in Zusammenarbeit zu arbeiten. Und da hat er gesagt, ja, es gibt ja keine Studien. Da habe ich gesagt, okay, Moment. Und dann habe ich mich mit der Leiterin der Vereinigung der Tureps in Verbindung gesagt. Er hat gesagt, doch, wir haben eine Studie. und es waren, ich weiß nicht, 120 oder 150 Patienten, die da beraten worden sind. Und dann habe ich das dem Arzt gesagt und da hat er gesagt, ja, 150, das ist nichts wert erledigt. Das ist so Wahnsinn. Das ist absolut der Wahnsinn. Und da kann ich nur sagen, ohne eine Änderung im Kopf, also im Kopf, der heißt jetzt eigentlich im Herz, sobald wir nie genau wissen, das ist ja in der Seele, das ist Leonsbewusstsein, geht es einfach nicht weiter und wir werden zum Kollax kommen, wenn wir weitermachen so. Oder? Oder. Und wenn man schaut, diese künstliche Intelligenz, wo man nachher von Chipsimplantaten spricht und so weiter. Ich meine, man muss dem nur nachgehen und sehen, das ist diabolisch. Und gleichzeitig ist es ja ein Angebot des Lebens, wofür entscheidest du dich? Ich empfinde es so, dass wir aktuell in einer Zeit leben, die ist so hoch, höchst energetisch. Wir haben beide Pole, Licht und Schatten, so intensiv aktiv wie vielleicht seit tausenden Jahren noch nicht. Und es ist aber möglich, die lichtvolle Seite zu leben, die vermeintlich dunkle Schattenseite zu erleben, also dass sie da ist, ohne dass sie Auswirkungen auf mich hat. Und das ist das, was wir heute auch brauchen, dass wir uns gar nicht darum sorgen, sondern dass wir den Raum halten, den wir schon eröffnet haben. Also das, wo wir in der Lage sind dazu. Ich empfehle immer, wenn jemand eine schwierige Situation hat, versuch dich zu erinnern. Was ist der höchst schwingendste Umgang mit dieser Situation? Ist es Kampf, dagegen, Sorge, oder ist es Frieden, Liebe, vielleicht sogar Akzeptanz, vielleicht sogar Sinnhaftigkeit? Weil ich habe auf meinem Weg erlebt, in dem Moment, wo ich nicht mehr denke, erfahre ich immer mehr, warum gewisse Situationen da sind. Und ich erkenne es gar nicht als einen Fehler, dass das da ist. Es sind wirklich Sachen, wo man als Mensch sagt, auch als fühlender Mensch, was wollen wir bitte damit? Was wollen wir mit künstlicher Intelligenz? Was wollen wir mit einer Medizin, die die Menschen schwächt? Und gleichzeitig ist es aber vom Leben an sich ein Druck auf gewisse Lebewesen, auf gewisse Menschen, damit sie sich entscheiden können, damit sie fühlen, damit sie bemerken, wo stehen sie. Und in dem Moment, wo wir den Raum halten und sagen, jeden Moment sind alle Möglichkeiten da und das Universum hat wirklich in jedem Moment alle Möglichkeiten. Das ist so wie mit diesem Gespräch, du gehst nach Hause, du sprichst mit deinem Nachbarn und es ist in dem Moment gelöst. Es braucht nicht, dass der Körper sich regeneriert über drei, vier Wochen. Es ist dann in dem Moment gelöst. Da, wo du das Thema in dir berührst und entdeckst, kann eine Krankheit, auch wenn sie schon lange da ist, gelöst sein. Und manchmal ist es ein bisschen anders, wenn es schon chronisch ist, wenn es schon wirklich mehrere Jahre da ist, braucht man oft einen gewissen Weg. Dann muss man ein bisschen dranbleiben. Aber auch da gibt es diese Sofortheilungen. Es geht nur darum, bin ich in der Lage, das Thema zu berühren oder noch nicht. Also was du ansprichst, natürlich heißt, wenn du die Lichtseite stärkst, ist das die Liebe das Mittel. Und wenn die Liebe stark genug ist, ist das andere kein Platz mehr. Also wenn genug Licht da ist, ist der Schatten weg. Und da gibt es eine Parallele eigentlich in der, sagen wir mal, Landwirtschaft, im Gartenbau, oder das sind die effektiven Mikroorganismen, das ist die EM, oder? Und das kommt aus Japan und dort ist die Aussage, wir brauchen die Mikroorganismen. Und es gibt solche, die die Pflanzen schädigen und solche, die die Pflanze brauchen. Und wenn ich genügend positiv für die Pflanze wirkende Mikroorganismen habe, dann haben die anderen keinen Platz mehr. Genau. Und das ist unglaublich, was die Wirkung ist. Ich weiß nicht, ja, ihr verwendet das wahrscheinlich auch, oder? Also das ist sagenhaft. Also da kann man den Unterschied, kann man sehen, wenn du zwei Pflänzchen nebeneinander, die eine mit und die andere ohne, du wirst staunen. Ja, glaube ich, der ist auch so. Der menschliche Körper hat um ein vielfaches mehr Mikroorganismus als Körperzellen. Also ich bin die Darmtherapeutin, da wird alles, alles, alles begonnen. Darum haben wir ja auch diese Desinfikation gemacht, damit all die Mikroorganismen weg sind, oder? Aber eine feine Ergänzung vielleicht noch. Ich würde gar nicht das Licht wählen, weil wenn ich dann nämlich sage, dass ich jetzt Licht bin, habe ich mich wieder auf eine Seite des Pols gestellt, sondern zu versuchen, wirklich die Mitte zu finden. Und das ist eine große Herausforderung, zu sagen, da ist ein Schatten, da gibt es auch ein Leuchten und jetzt, was kann ich tun, um in der Mitte zu sein? Und das ist eine Neutralität, eine liebevolle Neutralität und dass ich mich zu keiner von beiden Seiten zu sehr hinziehen lasse, denn dann vereint es sich mit der Zeit, weil auch diese Schattenseite in sich das Licht trägt. Sie muss quasi gar nicht durch ein extrem strahlendes Licht ausgeschaltet werden, sondern eher durch eine Integration, durch einen damit, dass ich verbunden bin damit. Und was das bedeutet, ist schon nochmal ein Bewusstseinsprozess. Da bräuchten wir jetzt ein bisschen Zeit, um das zu erklären. Es geht jetzt nicht darum, mich mit dunklen, schlimmen, schlechten Energien zu verbinden. Es geht aber darum, zu sagen, es gibt einfach Energien, die noch im Schatten wirken, die nicht angebunden sind an die Lebensenergie oder nur sehr wenig. Und in dem Moment, wo ich beginne, machen wir es mal einfach mit meinen Schattenseiten. Vielleicht eine Aggression, mit etwas von mir, was ich nicht mag, wo ich auch mal sauer werde oder wo ich das Gefühl habe, da werde ich auch mal böse in einer Situation. Damit mich zu verbinden, dann integriere ich diesen Schatten wieder und wenn ich das bei mir mal gemacht habe, dann kann ich auf eine Art und Weise auch Schatten im Außen erlauben. Also diese Mitte zu finden, das ist etwas, wo sich die Pole irgendwann vereinen und irgendwann auch auflösen. Genau. Schöner hätte man es nicht ausdrücken können. Vielen Dank. Natürlich ist es unsere Zivilisation, die sich entschlossen hat, sich von dieser Natur zurückzuziehen in abstrakte Räume, diese natürliche Harmonie, diese Bewegung, diese vier Jahreszeiten, so wie mitzuerleben usw. und sagen, okay, ich werde jetzt sesshaft, mache ich meinen Pflok rein, mein Haus usw. Und natürlich immer weiter von dieser Harmonie, von dieser Vollkommenheit in dieser Natur zurückzuziehen und in eine Disharmonie zu kommen. Und dann versucht, über Wissenschaft, diese Vollkommenheit zu verstehen und sich dann ein bisschen im Laufe der Zivilisation verrannt, jetzt wieder die Möglichkeit bekommt, eben durch Aufzeigen von diesen Dingen, die plötzlich, sage ich mal, keinen Sinn mehr ergeben. Oder auch diese Zeichen, die diese Intelligenz dann immer wieder hier setzt, um zu sagen, schaut her, also dieses Sein ist doch etwas anderes, als wie ihr bisher gedacht habt und nicht nur dieses Material, sondern es gibt auch etwas Geistiges. Auch diese Prozesse laufen jetzt gerade auf Hochtouren. Das sieht man an diesen ganzen Phänomenen, die ich in meinen Dokumentationen hier immer wieder darstelle, wo man sagt, wow, wenn die an die Oberfläche kommen würden, wenn das die Menschen sehen würden, was hier alles möglich ist, dann würde ich sagen, ja, dann kann ja die Wissenschaft, die wir hier haben, ja gar nicht vollständig sein, weil da fehlt ja die Hälfte. Ich habe für E. ja den Hans Kuppa so, weil er unglaublich gute Texte schreibt und eine ist zum Beispiel, Krankheit ist ein Symptom verirrten Lebens. Der Körper drosselt, das Tempo falscher Bewegung, denn nur verlangsamtes Leben findet den Weg zurück. Der Körper verweigert sich sämtlicher Oberflächlichkeit und zwingt das Leben in die Tiefe. Ja, darum ist es ja auch nicht immer klug, wenn man eine Krankheit, zum Beispiel eine Grippe aktiv bekämpft, dass man möglichst am anderen Tag wieder zur Schule oder ins Büro gehen kann, weil der Körper hat wahrscheinlich das Bedürfnis, Ruhe zu finden und sich zu regenerieren. Wenn man das stört, vielleicht bezahlt man das dann später. Das weiß ich jetzt nicht, wie da die Kausalität ist, aber es ist sicher nicht gut, dass man alles medikamentös so behandelt, statt dass man andere Wirkungen erzielen lässt. So tolle Strategien, Fieber. Ja, ja, klar. Fiebern ist ja oft ein Prozess einer inneren Verbrennung. Fieber ist ja gar nicht das Problem, sondern die Lösung. Und das ist bei vielen körperlichen Prozessen so. Du hast ja auch, Petra, schon mal von Dr. Hamer gesprochen, der das ja auch da sehr reingebracht hat, dieses Thema, dass viele Symptome schon die Lösung sind vom Problem. Und ja, es geht auch nicht immer jeder damit so in Resonanz, weil man es entweder nicht gleich fühlen kann, dass die Lösung ist oder vielleicht, das weiß ich nicht genau, ich stelle es mal so in den Raum, vielleicht trifft es auch nicht auf jeden Prozess, vielleicht gibt es auch noch Ausnahmen. Auf jeden Fall, was immer hilft, mal in Verbindung zu gehen mit dem eigenen Körper, so gut es halt geht. Und das ist, glaube ich, das große Problem, was wir heutzutage haben. Wir sind überhaupt nicht verbunden. Wir sind nicht verbunden mit Situationen im Außen, nicht mit Menschen. Wir sind schon gar nicht verbunden mit uns. Und deshalb handeln wir rational und handeln vor allem auch aus der Vergangenheit heraus. Und wir handeln so, wie es Menschen uns vorgeben, weil wenn wir unsere eigene Kraft nicht erschlossen haben und die Verbindung zu uns selbst, dann müssen wir etwas tun, was andere anbieten. Und dann ist das viel angenehmer oder vielleicht sogar nur möglich, dieses Angebot anzunehmen, weil ich selber aus mir heraus gar keins habe, gar keine Möglichkeit. So, und wer das jetzt versteht, wer sagt, okay, es gibt in mir auch die Möglichkeit, dass ich fühlen kann, was der Weg ist. Der kann sich nach innen wenden und dann kommen wir wieder zum Thema, was wir auch schon oft besprochen haben. Was ist Spiritualität? Was heilt eigentlich? Und das ist am Ende zurückzukommen in einen Kontakt mit mir, in einen Kontakt mit der Seele, zum höheren Bewusstsein, in eine Verbindung. Und dadurch lösen sich ganz viele Sachen auf. Und in der heutigen Zeit, ich erlebe das jetzt seit 13 Jahren sehr intensiv, wo vor 13 Jahren, wenn man ein wirklich manifestiertes Thema hatte, noch richtig auch arbeiten musste, damit es sich löst, geht es heute so viel schneller. Es braucht teilweise nur eine Erkenntnis, manchmal nur die Erkenntnis, das brauche ich gar nicht mehr festzuhalten. Jetzt fühle ich es in mir, jetzt merke ich, ich könnte es loslassen. Dann kommt manchmal noch so ein bisschen Sorge, wer bin ich denn, wenn ich dieses alte Thema loslasse? Ob das eine Angst ist, eine Sorge, eine Struktur von den Eltern übernommen, wer bin ich denn dann? Traue ich mich das, dieser neue Raum zu sein? Und wenn ich es mich traue und ernsthaft in mir entscheide, ich darf das loslassen, ich öffne mich für diesen neuen Raum, dann geht so viel in der heutigen Zeit, ist so viel möglich. Und wenn es vielleicht nur wie eine Erinnerung jetzt sein darf, für die Menschen, die zuhören, dass es möglich ist und dass dadurch Vertrauen entstehen darf in den eigenen Weg und in die eigene Kraft, dann glaube ich, ist schon ganz viel erreicht. Da möchte ich noch etwas ergänzen, eine andere Ebene aufmachen, die Ebene des sogenannten Spuks. Spuks? Dr. Walter von Lucatou hat eine psychologische Beratungsstelle für diese paranormalen Phänomene und ich möchte ein Beispiel sagen, wobei eine Frau, die hat sich selbstständig gemacht mit einem Gasthof und da hat es permanent, sage ich mal, waren da Phänomene. Messer, die, sage ich mal, durch die Luft geschwebt sind, die dann am Küchenbord gestickt sind und so weiter. Es wurde niemand verletzt, aber permanent eben diese Phänomene und man hat lange nach dieser Ursache gesucht, warum bauen bei dir diese Phänomene auf, bis dann plötzlich das zur Sprache kam, dass der Lucatou gesagt hat, ja, du möchtest vielleicht, dass auch dein Mann, der hat ja noch eine feste Anstellung, um das abzusichern und man hat sich nicht so getraut, dass beide in diesem Gasthof arbeiten und hat gesagt, du möchtest vielleicht, dass dein Mann bei dir hier einsteigt und da hat es einen Knall gegeben und das war der Auslöser und in dem Moment war der Schwung vorbei. Das war die Lösung für das Problem, das sie versucht hat, im Außen zu manifestieren und zu sehen, hier hast du ein Thema, schau es bitte hin. Auch das gehört zum Thema Heilung. Dankeschön. Bitteschön. Heilung braucht einfach Wahrheit. Das war die Wahrheit, die keiner aussprechen wollte. Ja, ich wollte es nicht ganz so im Raum stehen lassen, dass je nach Krankheitsfortschritt, dass es dann genügt, eine Erkenntnis zu haben und dann kommt alles auf den richtigen Weg. Ja, sicherlich, aber es gibt sicherlich auch Fälle, wo man dann eben sagt, dann muss man aber trotzdem noch auf der physischen, auf der stofflichen Ebene entsprechend weiter begleiten. Meine Wahrnehmung vom Leben verändert doch ständig meine Körperchemie. Das kannst du doch an dem täglichen Selbst immer wieder auch spüren. Das heißt, wenn du verliebt bist, wenn du frei bist von Belastungen, wenn du dein Leben in einer guten Balance hast, dann hast du doch gar nichts. Aber so wie Belastungsdruck da ist, so wie Kummer wirklich, beginnst du doch auch physisch, dich körperlich auch aus dem Gleichgewicht zu begeben. Das Leben bindet sich doch wirklich, es schützt uns doch aber auch. Große Frage, Sympathikus, Parasympathikus, Fluchtfeindmodus. Aber natürlich, selbstverständlich ist es so, dass wir dann auch die Hilfe geben können. Aber doch bitte immer im Verständnis, was es braucht. Und auf der anderen Seite, dass es nicht schadet. Wir schaden auch sehr viel, indem wir einfach nur tun und überhaupt nicht mehr überblicken, was wir da eigentlich tun und Wechselwirkung nicht beachten. Ich spreche jetzt für wir Mediziner. Und ich glaube, wenn uns das wieder wichtig wäre, auch die Dinge verantwortungsvoller mit einem Menschen zu klären, hätten wir auch noch mal unglaublich viel weniger Verläufe in all diesen Krankheitsgeschichten. und meine so ein bisschen große Not sind so Kinder mit Diabetes. Und früher kamen die mit fünf, mit sechs, mit sieben. Die kommen mit zwei Jahren. Sind schon völlig ausgestattet mit Pumpe. Und es gibt keine Fragen. Es gibt keine Fragen. Diese Kinder sind gesund geboren. Es gibt keine Fragen, was ist passiert von null bis zwei. Und allein eine Pumpe und zu sagen, das ist alles in Ordnung, kannst auch essen, was du willst, und einfach mehr spritzen oder die Pumpe regelt das. Das ist wirklich, vielleicht steht es mir nicht zu, aber es ist so furchtbar mittelmäßig alles geworden. Und du bist der Wichtigste für mich, weil dein Kind ist mein Kind in dem Moment. Und wir müssen Lösungen finden. Wir müssen erst mal verstehen, was hat dein Körper hier in diese Situation gebracht. Und was wir heute schon wissen, ist sicher unglaublich viel, was wir nicht wissen. Aber es ist doch nicht so, dass wir da vorstehen und nicht Fragen beantworten können, die vielleicht eine Mutter hat. Und das, glaube ich, braucht ganz viel. Und schön ist es, dass die Entwicklung auch von Menschen geschieht und dass Menschen aufstehen und dass Menschen das auch langsam immer mehr einfordern und Menschen enttäuscht sind, dass wir uns um die wirklichen Fragen gar nicht mehr kümmern und dass Menschen so wie du oder ihr da auch die Blicke mit öffnet. Und es geht gar nicht mehr um ein Nebeneinander, es geht immer um ein Miteinander und Füreinander, weil eins muss uns immer allen am Herzen liegen, dich wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und dann entscheidest du. Aber wir müssen dir erst mal den Blick vielleicht manchmal öffnen, der völlig, auch durch Krankheit oft, völlig blockiert ist. Aber da rauszukommen, ist genau das vielleicht jetzt die große Aufgabe. Und je nach Bewusstsein geht ja der Mensch dann damit um. Weil wenn das Bewusstsein nicht da ist, dass Dreijährige, wenn sie Diabetes haben, dass es da eine Geschichte davor gab, wofür natürlich meistens die Eltern verantwortlich sind, weil das Kind sich so nicht selber ernährt, wer das Bewusstsein nicht hat, dem kann man es ja auch nicht einreden. Das heißt, was wir hier als Angebot ja auch machen, ist für Menschen, die bereit sind, das zu hören. Und wenn etwas sehr körperlich ist, ja, dann braucht der Körper oft auch Unterstützung. Also es ist ja wirklich sehr regelmäßig, dass wenn ich eine Krankheit habe, zurückgehe. Wenn heute etwas sehr krankhaft ist im Körper, dann hat das irgendwann vorher angefangen, dass der Körper dort Wasser einlagert, dass er irgendwelche Zellen produziert. Und ja, wenn ich nicht in der Lage bin, wirklich so tief ins Bewusstsein zu kommen, dass ich durch eine Wahrnehmung einen tieferen Kern schon fühle in mir, dann gehe ich natürlich auch über den Körper erst mal zurück. Weil du ja auch gefragt hast, das braucht es ja auch oft, zu sagen, welche Unterstützung braucht der Körper. Und im Optimalfall mache ich es auf vielen unterschiedlichen oder auf drei Ebenen. Helmut hat es ja auch gesagt. Der Geist, die Seele, der Körper. Also ich unterstütze den Körper, dass er sich befreien kann. Ich schaue auf geistiger Ebene. Was halte ich? Welche Geschichten leben in mir? Und auch auf seelischer Ebene, emotional, wo habe ich Dinge nicht durchlebt? Wo habe ich festgehalten? Ganz viele Menschen sind einfach traurig. Die sind einfach traurig aus ihrer Kindheit, weil sie nicht gesehen wurden, als das, was sie wirklich sind. Sie mussten sich so verstellen und verändern. Und wenn ich dann heute sie anschaue und sage, wow, du darfst traurig sein, geht es schon los. Und das mal zu verstehen, dass eine Krankheit zu lösen, bedeutet nicht, ich muss jetzt erleuchtet sein und spirituell werden, sondern es bedeutet, ich nehme Kontakt auf zu mir und schaue, was ist dort. Und das ist oft Überforderung, Einsamkeit, Traurigkeit. Und ja, als Mann, wenn man 50, 60 oder wie alt auch immer ist, wie leicht ist es denn dann, traurig zu sein, wirklich weinen zu dürfen, weil ich in mir fühle, ich fühle mich nicht gesehen. Ich habe das versucht, über Jahre zu kompensieren. Also, wer sich wirklich heilen möchte, geht in Verbindung mit sich selbst und schaut dorthin, wo man nicht unbedingt hinschauen möchte. Aber das vielleicht noch mal so als als Erkenntnis oder auch als Mut zu sprechen, trau dich, dorthin zu gehen, wo du dich unwohl fühlst in dir selbst. Und die meisten Dinge sind schon bekannt, die werden aber unterdrückt. Und dann kann man zusätzlich den Körper unterstützen, dann kann man auch geistig mal schauen, hey, brauche ich vielleicht eine neue Ausrichtung? Heutzutage gibt es ja das Wort Mindset, auch zu sagen, positiv denken, ja, das unterstützt, aber sich nur hinzusetzen und zu sagen, alles wird gut, alles wird gut, ohne dass ich mich selber fühle, mich selber berühre und Anteile in mir heile, das wird nicht funktionieren. Aber der erste Schritt ist ja das Verstehen und das Erkennen. Und dann kommt der nächste Schritt. Und der Geist steht über allem, weil der lenkt und leitet mich. Die Bereitschaft auch, an solchen Informationen interessiert zu sein, dass ich mich hier öffne und sage, ich lasse mir die Möglichkeit erhoffen, dass auch hier etwas Wahres dran sein kann. Es gibt natürlich auch Fälle, bei denen es nicht bei mir liegt, dass ich krank werde. Nehmen wir das Thema Geoengineering mit diesen Chemtrails, wo Aluminium nachher und andere Sachen versprüht werden. Das geht nachher ins Trinkwasser, geht in die Nahrung, geht ins Einatmen und führt nachher zu Schädigungen eigentlich vom Körper. Das geht nicht von unserer Seele, aber die Seele könnte vielleicht einen Beitrag leisten, das zu irgendwie kompensieren. Es kann aber auch sein, dass wir das mitnehmen müssen und legen das dann ab, wenn wir in die andere Sphäre wechseln. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Ja, ja, das ist schon wahr, aber die gleiche Belastung macht nicht die gleiche Belastung. Bei allem, wenn ich mit mir im Frieden bin, wenn ich mich öffne, wenn mein Körper fließt, wenn ich auf meinem Tisch etwas habe, was alles auch unterstützt, wo der Körper Energie herbekommt, dann geht er da durch. Ja. Aber wenn ich in Frust lebe, weil ich akzeptiere, dass mein Mann trinkt und ich kann das schon nicht, aber ich lasse ihn nicht allein, weil dann würde er sich zu Tode trinken und ich meine, es ist meine Verantwortung, die es nicht ist, aber er zieht uns beide runter und dann sind das Prozesse, die sind in kurzer Zeit nicht mehr vom Körper tragbar, weil es steht ihm ja nicht zur Verfügung. In der Situation, wo das Signal auf Stress gedreht ist, das ist ja auch schon Unterbewusstsein, aber am Anfang kommt ja immer eine Information. Die Information kann positiv, die kann negativ sein und der Körper passt sich dieser Information an und dann wird er auch in seiner Regulation eine Fehlregulation langsam nehmen, bis die Fehlregulation, die Fehlfunktion ist und da ist das Ganze natürlich in dem Moment ein Belastungsdruck, der ist jetzt an dem Thema festgemacht, aber das heißt noch lange nicht, dass mir das, das ist ja schön gesagt, dass das mich nur annähernd konfrontieren kann im Rahmen einer Krankheit. Das bringt ja das fast zum Überlaufen meistens, dass dann schon eine Schwäche im System besteht durch die unterschiedlichen Themen, die da sind und das ist auch das, wo viele Menschen dann diesen äußeren Einflüssen die Ursache zuschieben. Es liegt an 5G, es liegt an der Medizin, es liegt am Geoengineering oder an was sonst auch noch, aber da habe ich für mich erkannt, wenn Leute zu mir kommen, auch Menschen, die hochsensibel sind, die sagen, ich kann mit dem Elektrosmog hier nicht umgehen, dann sage ich, du, der Elektrosmog ist gar nicht das Thema, sondern da gibt es in dir eine Schwäche, du hast dich von deiner Kraft abgekoppelt über die Jahre hinweg, über Leben hinweg und wenn wir da jetzt hinschauen und dich wieder verbinden damit, dann wirst du das ganz einfach kompensieren können und so werden wir auch, wenn wir immer bewusster und immer freier werden, noch viel mehr von diesen Spielchen kompensieren können und uns dementsprechend auch keine Sorgen machen müssen. Also es ist ein Thema, dass es auf uns einwirkt, es ist ganz sicher nicht gesund, aber es ist auch zu kompensieren. Und das sind ja eigentlich nur die Auslöser, die letztendlich etwas antriggern, was schon da ist. Also die Auslöser sind nicht die Ursache, sondern die Auslöser, äußere Einflüsse meine ich jetzt. Für mich bringen sie das fast zum Überlaufen, der Körper ist schon in Stress, der ist schon an der Grenze, wenn dann noch etwas dazukommt, was er noch verarbeiten soll, schafft er das nicht und fällt dann energetisch ab. Es gibt natürlich immer Fälle, bei denen man niemanden hat, der eine Therapie einen raten kann. Und im Extremfall, wenn jemand vergiftet wird, hat er die Chance, nicht mehr das zu korrigieren, dann geht er einfach rüber. Und ich denke, man muss alle diese Fälle, denke ich mal, im Auge haben und sollte so weit wie möglich, sollte man das Immunsystem stärken. Ich nehme an, das denkst du auch, oder? Ja, ich mache jetzt gerade so eine Immunreihe in dem Sender hier, um das einfach mal zu erklären alles. Aber die Frage stellt sich wirklich nicht hier Immunsystem stärken und das, sondern die Frage stellt sich, Fürsorge zu halten. Und Fürsorge zu halten, heißt auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Wer bist du? Wo stehst du? Mit welcher schweren Belastung musst du leben? Kann doch sein, mein Mann ist morgen Pflegefall geworden. Das ist ganz wichtig für mich zu wissen, warum diese Frau einen Blutdruck bekommt. Und dann natürlich heute auch eine Umwelttoxikologie im Auge haben, eine Parasitologie im Auge zu haben, weil das Leben koppelt sich ja an Voraussetzungen, dass es gesund bleibt. Und genauso koppelt sich auch Krankheit an diese Voraussetzungen, dass es aus der Balance gerät. Am Ende heißt das irgendwie. Aber für mich hat hier in der Klinik jeder Mensch einen Namen und das ist auch der Name seiner Krankheit. Was ist mir denn das Wurscht, wie das heißt? Es ist rechtfertigt doch nicht, dass ich bei jedem dann das Gleiche zu tun habe. Ich will ihn doch da rausholen. Ich möchte ihm doch einen Weg zeigen, wie er daraus kommt. Und manchmal muss ich aber drei Schritte zurückgehen und sagen, bitte erst mal der Zahnarzt. Erst mal der Zahnarzt, weil 70 Prozent gehen da raus. Und, 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 und. Sodass das Anliegen oder der Anspruch durch einer sein muss, eine gewisse Stabilität. Aber die brauchen in erster Linie verstehen. Ihn verstehen, Wissen, auf dem er aufbauen kann und ihm dieses Wissen auch zu erklären. Und du hast es schon gesagt, ganz oft muss man sich gar nicht stärken. Man muss gar nicht das Immunsystem stärken oder das eigene System, sondern es geht eher darum, herauszufinden, was schwächt mich. Was ist schwächt, genau. Und weil wir sind natürlicherweise, sind wir so unantastbar und so wundervoll und so energetisch und lebendig, nur gibt es ganz viele Dinge in uns, die über die Zeit hinweg sich aufgebaut haben und uns davon abhalten. Das heißt, wir müssten eigentlich nur aufräumen. Und wenn ich mein Immunsystem stärken möchte, dann sage ich, okay, sei mal traurig. Erlaube dir mal, wenn dort Trauer ist, wenn du sie dann findest, ansonsten such dir jemanden, der dich unterstützt, dich zu deinen Themen zu führen, was auch immer sie sind, trau dich sie wahrzunehmen. Dann lass doch mal den Alkohol weg. Wenn man sieht, wenn man keinen Alkohol mehr trinkt, was das mit dem System macht. Auch nicht hier ein Bier, da ein Wein, wer das schafft. Natürlich gibt es immer wieder Anteile, auch die wollen gern was konsumieren, ist auch in Ordnung. Aber nur mal, um es mal zu wissen, wenn wir Dinge weglassen, die uns blockieren, dann sind wir ganz natürlich in einer Energie, die ist unantastbar, die wird einfach vom Leben berührt und natürlich kommen dann immer noch Herausforderungen. Es geht nicht darum zu sagen, dann habe ich ja gar nichts mehr zu tun, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, macht das Leben dann noch Spaß? Wenn ich das nicht mehr machen soll, jetzt soll ich keinen Alkohol mehr trinken, jetzt soll ich keinen Zucker mehr essen, jetzt soll ich auch gar nicht mehr diese Traurigkeit haben, was bin ich denn dann? Bin ich dann so ein langweiliger, spiritueller Raum oder Haufen? Ich sage, dann kommt aber was ganz anderes. Viele Menschen glauben das. Ist dann irgendwas nicht mehr da an Leben? Nein, es kommt eine Art Leben, die ist so viel größer, so viel wahrhaftiger. Du stehst morgens auf und fühlst dich wahrhaftig und egal, was du machst, es erfüllt dich mit Sinn. Von daher, weglassen erachte ich als viel wichtiger, vor allem Anteile in mir, die ich immer noch trage. Das Problem ist, die meisten kennen wir gar nicht. Wir brauchen also eine Möglichkeit, herauszufinden, was blockiert mich eigentlich? Wunderbar. Das war jetzt ein schönes Schlusswort und ich bedanke mich für eure Zeit, ich bedanke mich für euer Sein, ich bedanke mich für euer Wirken und natürlich auch für eure wertvollen Worte jetzt in dieser Runde, die hoffentlich jetzt auch vielen Menschen, die betroffen sind von irgendeiner Erkrankung, sei sie schwer oder noch nicht ganz so schwer, aber die dann jetzt Hoffnung schöpfen und die Aussicht bekommen haben, aha, ich kann auch etwas dazu beitragen, ich kann auch etwas tun, das liegt in meiner Hand. Oder vorbeugen. Oder vorbeugen. Ja, ist noch besser. Auch so. Das hoffe ich. Das macht sehr viel Sinn, jetzt darüber nachzudenken, was in zehn Jahren sein soll. Ganz klar. Das gibt Sympolse dadurch. Hoffe ich und bin guter Dinge, dass uns das gelungen ist und ich bedanke mich nochmal, wie gesagt, bei euch. Ich bedanke mich auch. Danke dir. Bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Dabeisein und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein und in der Zwischenzeit seien Sie bitte achtsam mit sich, wachsam, liebevoll mit sich und berücksichtigen Sie einfach diese Empfehlungen, die Sie heute bekommen haben und damit kommen Sie schon wieder große Schritte weiter. Ich wünsche es Ihnen auf jeden Fall im Namen meiner Gäste und freue mich, wenn Sie es nächstes Mal wieder einschalten. Auf Wiederschauen.